Viele Todesopfer in Afrin Deutschlands Rolle im Nahen Osten, türkische Militäroffensive in Syrien, deutsche Waffenexporte in Kriegseinsätzen, die Bundesregierung ist mittendrin, hält sich aber bedeckt und vermeidet in ihren Stellungnahmen Kritik an der Türkei. Quelle, t-online.de Die türkische Offensive gegen die Kurdenmiliz fordert viele Todesopfer. Auf der Seite der Miliz sollen auch Freiwillige aus Deutschland, Großbritannien und den USA kämpfen. Seit Beginn der türkischen Offensive gegen die Kurdenmiliz in Nordsyrien sind nach Angaben der türkischen Armee mindestens 260 gegnerische Kämpfer getötet worden. Zwei eigene Soldaten seien gefallen, einer verletzt worden. Die von der Jig dominierten syrischen demokratischen Kräfte nannten die Zahl übertrieben, machten aber keine eigenen Angaben. Attacken gegen Jig, die Türkei kämpft weiter gegen die syrische Kurdenmiliz. Quelle, Reuters, dat video player v.de online.de Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von mindestens 100 Toten, darunter 23 Zivilisten und mehrere Kämpfer auf beiden Seiten. Den Vereinten Nationen zufolge flohen mindestens 6000 Menschen vor den Kämpfen. Die türkische Armee gab an, sie unternehme alle Anstrengungen, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Frontverlauf in Syrien, der ist Verlorgebiete, die Kurden eroberten Teile des Nordens. Quelle, de online.de Dem Einmarsch der türkischen Armee stellten sich auf Seiten der syrischen demokratisch Kräfte angeblich auch Kämpfer aus Deutschland, Großbritannien und den USA entgegen. Die Freiwilligen seien zuvor in anderen Regionen Syriens stationiert gewesen, und hätten den Wunsch geäußert, nach Afrin gehen zu dürfen, sagte ein Sprecher des Rebellenbündnisses. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, erbetet am 23. Januar 2018 beim Begräbnis von Sergant Musa Otsalkan, dem ersten türkischen Gefallenen bei der Operation Olivenzweig. Quelle, ab schrägstrich Deutsche Presseagentur schrägstrich Burhan Otspilici. Die Türkei hatte die Operation Olivenzweig am Samstag begonnen und Stellungen in der Kurdenregion Afrin mit Artillerie und aus der Luft angegriffen. Am Sonntag folgte eine Bodenoffensive, die sich auch Dienstag und Mittwoch fortsetzte, und die laut Angaben türkischer Regierungsvertreter weiter ausgebaut werden soll. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte und kurdischen Kämpfern flogen trotz schlechter Wetterbedingungen türkische Kampfjets über das Gebiet um Afrin. Ein kurdischer Sprecher berichtete von Artilleriebeschuss am Norden der Region. Türkische Offensive in Nordsyrien, die Operation forderte bereits einige Todesopfer. Quelle, Xinhua-Deutsche Presseagentur Die Menschenrechtler berichteten weiter, dass auch Kurdengebiete in der Stadt Kamischli im Nordosten Syriens von der Türkei aus beschossen wurden. Dabei seien zwei Kinder verletzt worden. Die türkische Zeitung Hürid berichtete, an der Grenze stationierte Soldaten hätten damit auf Beschuss von kurdischen Milizen aus Syrien reagiert. Die KK kontrolliert die Region Afrin und ist eng verknüpft mit der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die PKK ist in der Türkei, der EU und in den USA als Terrororganisation eingestuft. Die PKK ist zugleich Verbündete der US-geführten Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat, ist, in Syrien und wurde von den USA mit Waffen ausgerüstet. Die Waffen dürften aber nur zur Bekämpfung des Ispenus werden, betonte ein Sprecher des Pentagons in Washington. Sollten wir Gruppen oder Individuen sehen, die sich dieser Vereinbarung widersetzen, werden wir dies untersuchen und gegebenenfalls Lieferungen einstellen. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion.